Hallöchen, Puppechen meine Damen und Herren, das ist Jack Fleischhammer, der hier spricht und der Typ mir gegenüber heißt Minyas Ayohara. Guten Tag, ich habe übrigens einen Giftbiss, das heißt... Du hast tatsächlich einen Giftbiss? Achso, weil wir ja hier durch dieses Monster gerade. Ja, ist mir gerade... und sofort habe ich auch... Hast du die Aronwurzel genommen? Ich habe jetzt diese, genau, diese gefächerte, ja. Ja, genau. Ne, nicht die Aronwurzel, ich habe den Pilz genommen. So. Ach, die helfen beide gegen Giftbiss sehe ich gerade. Nahrungswert geht dadurch ein bisschen runter. Ja, Ausdauer, ich weiß nicht, wie sieht deine Ausdauer jetzt aus? So, jetzt bin ich wieder voll und jetzt haue ich mir dazu noch ein... Ich nehme jetzt so eine Ration, weil mein Essen ist ziemlich unten. Ja, okay. Gut. Dann gehen wir da jetzt mal rein, würde ich sagen. Der hat uns angegriffen, der Sack geht sehr weg, hat sich einfach verpisst. Ja, wir haben ja zuletzt, in der letzten Folge haben wir hier... Hast du noch Gesundheit, kurze Frage? Kurze Gesundheit? Ne, habe ich jetzt... Habe ich mir jetzt reingetragen. Wir wollen mal kurz was zeigen, oder? Ich bin voll, ja. Achso, ja, zeig' ich. Los, zeig' ich. Und zwar, es hieß, das wäre ein Doppelsitzer-Cockpit. Das denke ich wahrscheinlich auch viele, weil denken wir auch. Aber ich geh' mal rein und der Fleischhammer probiert mal rein zu gehen. Ne, ich bin jetzt drin und du probierst rein zu gehen und merkst... Ich bin drin. Im... Cockpit. Wir waren eben beide drin. Geh' nochmal rein. Geh' nochmal rein. Geh' nochmal rein. Jetzt geht's nicht. Hä? So, jetzt... Geh' nochmal raus. Ich geh' drin und jetzt? Jetzt bin ich auch drin. Verarschendes. Ne, ich kann mich noch nicht umgucken. Hä? Ist das ein Bug? Warte mal, ich... Jetzt bin ich auch drin. Bist du immer noch drin? Bin immer noch drin. Ja. Das wollten wir euch zeigen, dass das nämlich ein Doppelsitzer-Cockpit ist. Dass das nicht geht, wollten wir zeigen eigentlich. Hä? Aber wenn ich jetzt drin bin... Hä? Geh' du nochmal rein, bitte. Also geh' nochmal raus. Ja. Okay, pass auf. Jetzt steig' ich ein. Jetzt probier' du mal. Musst du vielleicht vorne oder hinten anklicken oder so? Alles. Ich klicke alles an. Nicht. Okay, ich geh' raus. Jetzt geh' nur mal rein. Jetzt bin ich drin schon. Okay. Komm' ich auch wieder nicht rein. Ist im Augenblick belegt. Machst du da drin Sachen? Geht euch gar nichts an? Ne, ich bin jetzt oben drin. Achso, ja. Ne, jetzt geht's wieder nicht. Achso, ja. Das ist so ein gleichzeitiges Ding. Okay, dann lass' mal... Ah, egal. 3, 2, 1. Was denn? Mach' du nochmal? 3, 2... 3, 2... 3, 2... 3, 2, 1... Leck' mich am Arsch. Ne, im Augenblick belegt. Okay, es geht nicht. Es ist ein Einzelsatz. Wieso waren wir beide drin? Ist ein Fehler. Ne, ist eigentlich nicht. Also vielleicht durch den Bug, dass man da... Nein, da ist ja auch nur ein Sitz drin. Also... Egal. 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 Okay, ist hier was? Mach' hier auf und du klopfst an. Ja. Hallo? Hallo? Das ist ein Geschütze auf jeden Fall. Warte mal. Der Ding ist ganz, ganz oben. Der Krohr? Ja. Kann ich schnell sehen. Na gut, dann bauen wir ihn ab. Das Ding. So. Okay, ist weg. Noch eins? Finischt. Okay, Sauerstofftanks weg. Generator vielleicht weg. Der Ding ist ja leer hier. Der hier ist voll. Mach' den Generator weg. Der ist auch voll. Der war auch voll, der andere. Der Container. Hä? Bei mir war halt leer. Gib alles jetzt hier. Äh, ja. Achso, hier ist ja noch ein Fahrstuhl. Mhm. Warte, lass mich noch das Ding hier entfernen, dann komm' ich mit hoch. Da oben ist ja... Ja, Imperium. Immer derzeit unser letztes... äh, unser letztes. Unser liebstes Spiel, wollte ich sagen. So ist es. So ist es. Da ist der Korr. Okay, cool. Aber ist sonst auch nichts mehr in dem Turm drin. F-13 von Seven Days ist das auch... Vielleicht finden wir noch was schicken von... Ah? Ja. Brauchst du den jetzt ab? Den Korr, ja. Hab ich abgemacht. Wollen wir den runter? Ne. Ja, dann ist ja nichts mehr, ne? Okay, ja. Das ist es denn. Im Sturz. Ja, Imperium macht einfach am meisten Spaß, weil du so die Herausforderung hast, ja. Und, ähm, bauen und so weiter und... Ja, es ist von mir hoch, also... Fuck it. Ich hoffe halt, dass es sich irgendwie noch entwickelt. Also, dass sie halt noch irgendwie vielleicht ein bisschen feinere Bauteile und so machen. Weißt du, was ich meine? Also, die KI der Gegner, das wäre jetzt nochmal ein bisschen... KI der Gegner, ähm, aber vielleicht auch ein bisschen... Weil, guck mal, wenn du jetzt eine Basis baust, kannst du ja nur diesen riesen... Weißt du, wenn du eine große Basis baust, hast du ja nur diesen... Monsterblöcke schließen. Achso, ja. Dass, dass man da noch Feinheiten darin bringen kann, ja. So, so, halt... ...und vielleicht skalieren kann, ja. Eins, zwei, drei Größen oder so. Ja, genau. Hauen wir ab, ne? Absolut. Absolut. Sauerstoff wäre jetzt noch eine schöne Maßnahme. Ja, ich hab halb. Wie, wie sieht's bei dir aus? Ich bin kurz vor... Kurz vor blinken? Kurz vor um. Oh, dann lass uns zurückfliegen. Ach, du hast noch Flaschen? Ich hab noch Flaschen, ja. Dann hau die mal rein, ich hab keine mehr. Ich hab mir die alle reingezert. Jetzt bin ich knapp bei halb und hab jetzt noch eh ne Flasche. Und ziehen. Hab mir den, den Stuff hier in die Container getan? Ah, hier haben wir Fleisch drin. Und hier haben wir Stuff drin. Wollen wir mal, dann pack ich den Stuff auch hier rein. Gibt's hier auf dem Planeten irgendwas, was uns noch, äh, was interessant ist? Was, äh, hier Ressourcen angeht? Äh, weiß ich nicht. Also ich glaub, wir sind hier lang nicht mehr auf dem... Also, auf diesem Planeten sind wir glaub ich zum zweiten Mal in überhaupt allen Staffeln. Ja, insgesamt, ja. Ja. Okay, ich steig jetzt oben ein, ja? Ja. Gut. Wir fliegen einfach nochmal eh mal durch. Dann fliegen wir nach Hause. Ich hab jetzt das auf dem Feuer gemacht. Hätte ich auch gesagt. Wie sieht's denn aus mit dem Sauerstoff? Ich hab 50% Sauerstoff. Ja, bei mir auch. Gut. Ist zurück. Ja. Wir haben ja noch nicht viel gesehen hier auf dem Planeten, ne? Nicht wirklich, ne. Sieht wie cool aus. Sieht aus wie... Es fliegt trotzdem rückwärts, ne? Das ist komisch. Auf der Map fliegt rückwärts. Auf dem Radar nicht. Radar? Auf dem Radar nicht. Ne, aber auf der Map. Da fliegt's... Naja. Das ist halt, äh... Kann's dir nicht erklären, Mia. Also, ich... Das muss so. Ich möchte ja auch jegliche Schuld von mir weisen. Wieso kann ich mich eigentlich nicht umgucken? Weil ich mich nur in der Außenansicht umgucken kann, ne? Oh, komm mal vor uns. Die scheint aber jetzt nicht grad klein zu sein, oder? Willst du nicht ein bisschen höher fliegen? Nein. Unterm Radar, hm? Achso, verstehe. Wie sieht's aus mit Sauerstoff, gell? Immer mal so ein bisschen, äh... Naja, ich hab mal im Auge. Ghostride. Opferlag. Wollte nur mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo... noch, ähm... Ressourcen finden, die vielleicht von uns noch von... 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 Wir können ja mal... Guck mal ganz kurz auf der Map. Ja, mach mal. Oh, Wand, 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 Wand. Äh, wir haben noch Zarkosium, was ich überhaupt nicht kenne. Das wird's ja hier wahrscheinlich geben, oder auf den... Jaja, das ist hier auf dem eingezeichnet. Fünf... Fünfmal Ressourcen gibt's hier irgendwie Zarkosium technisch. Fünfmal? Ja, fünf. Zarkosium. War nicht grad hinter uns einer? Ne, das war Kupfer. Achso, okay. Wobald... Da müsste ja auch irgendwas Rotes sein. Ja, so rötlich. Zarkosium, meine ich, ist das. Zarkosium? Mal Größe 17. Ist natürlich enorm. Zirizium, ja, brauchen wir für Halbleiter und sogar. Boah, diese schwarzen. Das war auch eine Drohne, aber die lasse ich jetzt einfach... Hier, Zarkosium. Okay. Können wir das vielleicht mitnehmen, weil das kennen wir nicht. Da ist eine Drohne direkt von uns. Ja, ich sehe, ich sehe. Hopp. Aber nicht in die Lava. Äh, sie ist schon tot. Oh! Oh! Morena! Ähm... Ist der... Um uns herum noch welche zufällig? Äh, warte. Mh... Nein. Ist alles so dusch da, ne? Ja, ist schon glühend duster. Ich glaube, Tag wird es ja in der Hütte nicht. Ist überhaupt... Was ist denn gerade? Ne, in vier Stunden geht es der Sonnenaufgang. Ja, dann... Ich sehe nicht mal, wo du landest. Ja, ich jetzt gerade auch noch nicht. Hier so. Ja, da, da, da ist gut. Hier runter. Direkt? Ne. Mhm. Hm? Na, hier ist doch so ne Schräge. Ja, wir sind doch... Wir sind doch hier mit... Wir probieren mal hier. So krass aus, das Raumschiff. Das Raumschiff. Ja, was ist wilde. Oh. Und? Bleibt es stehen? Bleibt mal lieber drin. Warte mal aus. Hi. Bergzecke. Ja. Das hält. Das geht, du. Okay. Natürlich gucken, dass hier nicht irgendwelche Zeug rum... Oh, hier ist es wieder... Hey, hier ist ja direkt... Schlitz nachher nahen. Ich würde ja gerne mal am Tag sehen, ne? Weiß ich nicht. Ne, meinst du nicht? Au. Geht's nicht unterschreiben. Willst du die Drohnen holen? Seid ihr die Drohnen holen? Du buddelst? Oh, ich bin in ein Loch gefallen. Du auch. Hier ist Zarkosium-Lager. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Äh, Kicher irgendwo. Oh, da ist es schwer. Ja, ich... Bloß nicht zurück, weil sie in die Lava laufen. Ja. Komm schon. Komm schon. Hier hast du die Drohnen. Hast du? Wo? Ah, da ist meine. Boah, wie sie angreifen, ey. Edel. Boah, die sehen aber auch. Also, die sind doch echt slendermäßig hier unterwegs auf dem Planeten. Hier sind bestimmt noch mehr. Ja. Ja, jetzt ist auch mal gut. Haben wir ein Bergbaulicht dabei oder irgendwas? Ich habe sogar eine Lampe dabei. Hahaha. Echt? Ja, ja. Cool. Ah, nein! Oh, du brennst. Du brennst. Ich bin in die Lava gefallen. Du brennst. Ich bin in die Lava gerade gerutscht. Die da unter? Wo bist du jetzt? Ich konnte nicht... Hier glüht was um und so rum. Man sieht es nur nicht. Hier, ich bin im Zarkosium-Lager. Oder bin ich im Berg runter gerutscht? Alter, habe ich gerade... Ach hier, das meinst du? Ach, das wird Zarkosium sein, das Zeug hier. Nein, nein. Jetzt lass mir noch mal ein Ding looten hier. Und dann... Wo weiter? Falk ja schon. Warte, ich probiere das mal. Ich guck mal, was es ist. Aber ich bin eben, glaube ich, eher den Hügel runter gerutscht. Guckt gar nichts raus. So. Gar keine Steine hier zu sehen. Ist das richtig? Müssen wir nach 23 Meter nach hier nach hier. Ja, dann bin ich runter gerutscht. Warte mal, dann ähm... Ja, dann... Hast du eine Lampe dabei? Da liegt noch eine Lampe bei. Nur, dass ich mal die Arbeitssicht richtig setzen könnte. Ach so, hier. Könnt ihr hier Licht machen, spontan. Warte mal, 16, 15... So sind wir doch drüber, oder? Weiter geht's noch nicht. Ja, hier. 14,5... So, oder? Ja. Und schon wieder so ein Vieh. Äh, zwei. Okay. Shit, 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 shit. Und jetzt lad das nach. Okay, einen hab ich. Ja, der andere kommt zu mir. Der andere ist auch noch schwanger. Der läuft wie schwanger spielt. Schwanger. Alles gut bei dir? Ja. Gut schon. Äh, sind jetzt hier noch mehr? Haut ab, man! Oh, die Kacke hier. Da läuft noch welche auf der Insel da drüben rum. Ich seh noch einen laufen hier. Da vorne wackelt er. Mitten in der Lava. Setz mal das Licht jetzt. Ja, warte. Ich muss ja... So. Ich bin jetzt hier irgendwo unter uns. Wo ist das Lager? Da ist noch einer! Das wird das Bild... Das wird das Bild für diese Folge. Ich hab's schon gesehen. Da war... Da ist noch einer! Oh, bei mir hat's echt, ohne Scheiß. Da ist alle jetzt dran. Hört das hier auch auf? Also haben wir nur eine Chance, irgendwann dieses Zarkosium auszubauen? Mach mal. Pass mal auf. Einer von uns baut, der andere baut Zarkosium ab. Wo ist denn die Scheiße? Die ist unter uns. Ja, ja. Okay, ich beschütz dich. Das ist wie in Afrika, wenn sie Blutdiamanten schöner sind oder so. Ja, wenn sie Blutdiamanten... Das wird dieses rote Zeug hier sein, oder? Irgendwie... Ja, aber da... Was solltest du dir sehen? Tiefer. 15 Meter unter dir. Achso. Ja, aber das wird ja eine Größe von 8. Da muss ich ja jetzt gleich... Komm, langsam müsste es kommen, ja. Wie sieht denn Sauerstoff aus? Weil ich habe nur noch ein Viertel. Äh... Ebenso. Hier sind... Oh ja. So. Das ist rot. Duftet rot. Das Dampf vorne rot. Ne, das ist rot-grün, oder? Sieht aus wie verschimmelt. Krass aus. Was? Die habt ihr? Was für Farben hier? Ich wusste nicht, ich habe jetzt 1... 1 oder was? Ne, 4... 4 Stück. Super. Dann bauen wir... Läuft bei uns. Wenn wir so ein Achtel ungefähr Sauerstoff haben... Ja, ja. Dann verpissen wir uns. Also diese 4... Da ist noch einer. Bisschen hin, ja? Bisschen hin, ne? Bisschen hin, ja? Bisschen hin, ne? Bisschen hin? Ja. Bisschen hin? Ziemlich tief, jetzt. Ohne den jetzt da eins machen zu wollen. 50%, hab ich noch ein kleines Medipack. Ich hab noch Pilze hier sogar. Ne, ich bin nicht vergiftet. Ich brauch einfach nur Leben. Ne, ne, für Medi. Also ich... Geben nur Medi. Alter, ist das gefährlich hier. Ich hab Angst. Wie sieht's aus, hast du noch? Naja, der kommt noch, ne? Der kommt noch 41. Die sehen so komisch aus. Vor allem, wo spawnen die hier? Da oben ist noch einer. Sein Bruder ist hier... Oh, hier kommt einer. Das ist ja krass. Die greifen auf jeden Fall an. Richtig... Richtig hart. Ich hab noch Schuss. Gut. Seht ihr die Leichen von euren Brüdern? Ist ja doch nicht ganz klar. Vielleicht ist das irgendwie ein heiliger Schatz da unten drin oder so. Das kann natürlich sein, dass wenn wir Zerkosium holen, dass die da... Die denken hier, das sind die Zerkosium-Beschützer. Genau. Oder so. Wahrscheinlich. Oder so. Klingt... Klingt logisch, ne? Klingt, ja. Mirs. Alter, was ist das? Das ist richtig. Zeig jetzt mal. Verlopp. Da oben läuft noch einer. Ich seh den Kopf fackeln. Wie so ein Wackeldackel macht er da oben rum. Tja, du bescheuert echt. Ich weiß, wie viele hier gemetzelt haben. Wir haben bald eine ganze Generation ausgerottet. Ah nee, das ist leer. 119. Ich bezahlen muss ich. Naja, mein Sauerstoff geht noch. Also wenn man sich nicht bewegt. Wie sieht es bei dir aus? Na, ja. Es gibt die noch. Die Breite von den 2F ungefähr. Von Sauerstoff. Ja. Ja, so ungefähr. Ich würd sagen, wir holen ab jetzt. Den Ding haben wir jetzt hier. Bei 139. Da kommt noch einer. Warte. Guck mal. Okay, wir holen ab, oder? Ja. Arbeitslicht nehmen wir mit. Wenn du da raus bist, hier kommt noch einer. Brauchen wir noch zwei. Ja. Ja. Nein, nicht abrutschen, nicht abrutschen. Okay, nicht abrutschen. Soll ich mal nachladen? Oh, da sind noch drei. 25. Ja, komm. Wir machen nicht in unserem Munition lernen. Ja. Hier sind die ja fers. Okay, Sauerstoff ist gelb. Bei mir auch. Wo ist das Cockpit? Ich seh es nicht. Ah, da. Ich bin drin. Go. Direkt. Direkt weg. Direkt weg. Kein Problem. Schön. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Wir sind noch am Leben. Sauerstoff ist schon gelb bei mir. Ja, bei mir auch. Wir müssen um einen straighten Weg. Und zur Not springen wir einfach ab. So ungefähr. Ah, es glüht. Ah, ich seh nix. Ah, sieht das krass aus. Schön. So. Willst du mal gucken, wohin? Äh. Na? V. Raus. Zoom. So. Ja, sieht doch gut aus. Ne, da. Da ist er. Hä? Oh. Ah. Da? Was ist das rechts? Ah, das war... Erste hier. Omnikrum. Omnikrum. Umnikrum. Omnikrum. Ja. Ja. Ich meine, es ist ja nur, wenn es stimmt, wenn es jetzt in den Ton verloren gehen sollte. Ja. Ja. Wenn ich es nicht genau weiß. Weißt du, wenn ich unsicher bin, dann nuschel ich. Ja. Haben wir die Hunnis? Oh. Oh. Hunnis. Hunnis. Die mögen Hunnen? Oh, den würde ich gerne mal wieder angucken. Snatch, ja. Wir müssten mal einen DVD-Abend machen. Ja. Ich komm kurz rüber. So oder so ähnlich. Soll es sein. Ja, ich habe so eine ganze DVD-Sammlung. Das hast du ja gesehen, als du bei mir warst. Hulk übrigens auch. Es sind ein paar YouTube-Filme dabei. Auch ein paar mehr. Schröber übrigens auch. Schröber hat einen unglaublichen Schatz an DVDs. Ja. Ja. Ich weiß noch, wie ich damals... Ich bin damals immer auf die DVD-Märkte gefahren. Echt? Und habe noch... Damals konntest du ja nicht bei Amazon irgendwelche 18er-Versionen bestellen oder so. Ach so, ja. Da gibt es noch die OFDB, die Online-Film-Datenbank. Ja. Das ist praktisch sowas wie IMDB nur auf deutscher Seite. Und die haben einen Shop dabei. Und da konntest du den ganzen indizierten Kram kaufen. Aha. Und da habe ich mir... Ach, was habe ich mir alles bestellt? Ähm... Und das Till Dawn, die 18er-Version. Aha. Wie heißt die? Emerald-Box oder wie hießen die? Diese Plastik-Boxen? Weißt du? Hab doch früher... Ne. Emerald-Box? Emerald? War das nicht irgendwie... Iron Case oder so? Ne. Ich meine, Emerald war Kunststoff... Metal Case? Metal Case gibt es, ja, ja. Aber da habe ich nur ganz wenige. Nur Terminator 2 in der... Limited Super Edition, glaube ich. Okay, krass. Was mich damals am meisten überrascht hat, war von Die Hard, die Blu-Ray. Aha. Wir schweifen aus. Ja, so ein bisschen. Ja. Da habe ich mir damals dann nochmal Die Hard 3 angeguckt. Ja. Und fand ich immer noch schwierig. Den dritten Teil? Mhm. Okay. Ne, da sind vier, Entschuldigung, da sind vier Teile drin gewesen. Fünf kamen ja jetzt erst. Vierte Teil. Das war das mit den Hackern. Schon bei sechs? Das hast du so ein bisschen moderne gemacht. Was? Wir sind schon bei sechs? Ne. Ich glaube, ja. Bei sechs. Echt? Ne. Also die besten Teile sind immer noch eins und zwei. Nagatomi-Gebäude und... Oh, es hängt bei mir. Ah, es geht. Es geht weiter. Oh, läuft. Nagatomi-Gebäude. Ich mache Navigator. Rechts. Oh, sie sind super. Ne, andersrum. 180 Grad drehen. Diese waren doch richtig? Nein, 180 Grad drehen. Oh, ach so. Ne, auf dem Web sieht es falsch aus. Ja, genau. Da ist es ja auch schon. Nagatomi-Blaza, also der erste Teil und der zweite auf dem Flughafen. Da war ich sogar im Kino drin. Ja. Da war ja damals dieser Kiel-Schnitt. Ich will jetzt nicht spoilern, aber der eine kriegt den Hals geschnitten, wo er in den Laster einsteigt, da von diesen Special Forces. Und, ähm, können wir jetzt nicht den Helm ausziehen? Ja. Müsste gehen. Ja. Und das war so, oh, der hat den Hals geschnitten, ist aufgeklafft. Ja, ja. Das war dann schon ein bisschen schwierig. Ja. Und der dritte war mit seinem Sarg, da war ich auch im Kino. Da hat ja Bruce Willis eine andere Stimme bekommen. Oh, es blinkt rot. Ich muss sowas von hart raus und raus. Oh, gut. Ich muss meinen Sauerstoff nachtanken. Ja, ja. Und dann der vierte war der größte Rotz. Da hab ich mir nochmal anguckt. Also richtig so ohne Vorbehalte, weißt du, so hab ich's versucht. Ja, so Kacke fand ich den jetzt nicht, den vierten Teil. Nein, aber diesen Die Hard, so ein Mann, weißt du, ohne Schuhe, Füße aufgeschnitten, gegen Terroristen gekämpft, weißt du, diesen Kram. Ja, ja, ja. Das hat einfach nichts mit diesem Film zu tun. Ist in sich ein guter Actionfilm bestimmt, aber, ja. Naja. So nun. Leid noch vom Niveau. Ja. Okay, Sauerstoff ist noch da. Cool. Wir haben übrigens einiges an Stuff oben drin gehabt. Achso, haben wir noch eine Nahrung da? Geht das Ding? Haben wir, ja. Tja, warte mal, wenn ich jetzt hier... Hm? Hat das eine Auswirkung, dass ich, wenn ich beim... Wieso ist denn das kleine Raumschiff an? Weil ich da die, ähm... die Sachen machen will. Wieso mal... Sarkozium wollte ich jetzt hier kurz schon mal einschmerzen. Ne, ich baue den Dings hin, hier oben. Mach doch nicht den Strom von dem Ding leer. Ja, ich wollte es ja ausschalten, deswegen hab ich das vor... Ich baue dir mal schnell einen Advanced Constructor da oben hin. Aber nein. Wir sind erst mal am Ende einer Folge von... Achso, ja. Dann sag ich herzlichen Dank für die Zuschauer, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und lasst uns doch mal einen Daumen oben da. Das wäre gut, wa? Das wäre gut. Ansonsten... Und dann abschalten. Ja, tschö. Sind immer noch da. Mensch. guy, tschö. bis zum nächsten Mal.